Okay 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 Im Gott, was gab es? Ob man nicht, das ist schuld Es bringt den hier, doch In die Oh okay Ich mit Ich stehe dahinten Dionysus Park Ava macht sich immer lustig über mich wegen des Namens Diese Partys Sie weiß genau wie ich zu solchen Attacken Auf das Rationale stehe Zu diesem zelebrieren des tierischen Im Menschen Aber das Grundstück des Parks ist ihr Eigentum Und Ava weiß Dass ich sie niemals, niemals Zwingen würde das zu lassen Aber ich hätte doch wenigstens Erwartet, dass ihre Pseudo-Rituale In Rapture nicht gar So viele Menschen anziehen würden Ich muss immer Ich muss immer ein klein wenig stehen bleiben Nein, weg da Sie ist meine kleine Kann ja sein, es kommt irgendwas Eckpfeile haben wir alle Tja, die gute Nachricht ist Ich habe eine neue Bahn für uns gefunden Aber die Station ist immer noch außer Betrieb Und wir sind nicht alleine Ich sehe einen Schatten in der Wachstation Ich bleibe in Deckung Sondier du mal die Lage Ah, hallo Jungs Mein Name ist Stan Poole, Rapture Tribune Ein gutes Blatt Bevor die Leute aufhörten es zu lesen Und eine andere Verwendung dafür fanden Jedenfalls möchte ich euch ein Geschäft vorschlagen Kommt zum Bahnhof Ich bin hier in der Wachstation Ich habe sie gefunden Ich habe Cindy gefunden Bei diesem Verrosteten Karussell Sie stand einfach da Hat es angestarrt Und darauf gewartet Dass die Musik anfängt Aber sie erkennt mich nicht einmal Was haben die mit ihr gemacht? Hört sie euch an Keine Augen, keine Nasen, keine Ohren, keine Zähne Wenn irgendjemand dies hört Ich muss wissen, wie ich sie heilen kann Ich... Nein, weg da Sie ist meine Kleine Damit kann man die Kommen Damit kann man nie Wach ogen Das kann man hoch Achso, von allem schon. Ein ungeschickter Big Daddy klopft das falsche Rohr auf und zack, wird Lams kleine Kunstschau zum Luxus-Lebensraum für die Fische. Nicht auszudenken, wenn diese Info in falsche Hände gerät. Eve-Expert, manchmal braucht ein kleines bisschen mehr, um zu harten Zeiten zu überstehen. Decke mit Eve-Expert deine Vorräte an Eve-Spritzen für längeren Plasmidgebrauch auf. Kein Platz. Ich war eigentlich so ganz gut rechts mit 6,5. Ach, Kamera habe ich schon aktiv. Wo ist es? Achtung, Brat. Hier, Angst. Konzerpäschen, das ist auch gut. Geht mir bitte tief. Geht mir bitte. Nicht hin. Willkommen im Zirkus der Werte. Das sollte immer nicht sein. So manchmal wie ein kleines Schwein. Nein. Gut. Ich muss mich wieder heilen. Ich muss mich auch, ich muss mich. Geld. 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 Wir haben. Vergessen nicht was hier. Geld. 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 Ja, du hast bestimmt Spaß. Gucken wir erstmal. Können wir zur Wohnung gehen? Wir gehen hier lang. Gucken wir mal. 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 Partner, wir waren Partner. Wir teilen 50-50, habe ich gesagt. Aber ich hab dich durchgehört. Du wolltest alles für dich haben. Warum hast du nur unsere Freundschaft weggeworfen? Das ist immer noch falsch zu Hause. Du legst dich einfach da aus, Lute. Schau mal. Oh nein, nein, nein. So ist es. Jetzt hältst du's Maul. Wie geht's da? Was ist das denn? Boah. Ach geil. Wie sind meine Angreifen da? Ich kannte mal eine echt coole Girlie-Bar. Aber die haben mich rausgeschmissen. Einer. Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Dionysus Park war mein Zuhause-Delta. Ein Experiment in sozialer Einheit, zunichte gemacht durch menschliche Torheit. Mit jedem deiner Schritte entehrst du das Andenken daran. Kannst du mir helfen, ein Mädchen zu finden? Tja, Lem weiß, dass du hier bist, aber ich bin inkognito unterwegs. Die Sache ist die, seit du den Park trocken gelegt hast, schnüffeln hier die Little Sisters rum. Auf der Suche nach Adam. Und das kann ich nicht brauchen. Ich muss mir das hinter die Ohren schreiben. Ich bin der Mann im Haus. Und das heißt, sie muss sich benehmen. Die Quasselströme. Na komm! Suchen wir sie! Ich bin rum mit der Personenschaden. Können wir einfach beischützen. Hey! Dasher! Jetzt knackst du und ist safe! Ich will meine gottverdammte Überraschung haben! Ich bin so nah drin! Mach aus, schön schön! Ich sag! Auwe! Huiss! Okay, wir können die doch hier bekleiden. Ich denk nicht mehr da ist. Ich versuche das noch zu und wie es kommt. Ah! Unstaffed! Unstaffed! Papst! Uh oh! Ach Gott, wo ziehen ich die jetzt? Ich halte... Der wird hinten. Weiß nicht! Ganz schlecht! Los! Und wir haben hier noch ein Ding! Das ist schon wieder... Das ist schon wieder... Pok was er hier ist. Komm. Komm mit. Komm mit. Komm mit. Ok. Komm mit. Komm mit. hier werden zum angreifendrück geworfen während sie das schrober dreht stromfeld verhindert das geschoss beim ersten aufbau zu reichen dass sie zum herrschläger werden die frage ist viele ziele fischen und nageln gehen auch auf größere spannung fest die branche sind steht lädt mehr dynamus auf die zürich ein schock Ich mache hier unten die Regeln! Ich hab mir übrig, Daurat und Nullnummer! Er brennt noch nicht eigentlich, ne? Das wurde ich vergessen! Nimm das, Vater, und beeil dich! Mutter kann mich nicht hören, aber sie... Sie sieht mich direkt an! Und ihr Gesicht! Die Frage ist jetzt... Wo hat die einen Granatenwerfer her? Oh ja, Baby! Ich hab noch ein paar Granaten! Und die Waffen! Toll! Was ist jetzt noch ein? Das ist noch ein? Den Gegnern brandsetzen sind eigentlich relativ praktisch. Irgendwann, das kann man. Komm. Zack. Ich bin der Fall. 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 Ach, wie lebt mir aus. So... Schweil... So... Schweil... Er... Schnell gehandelt. Bisher haben wir hier noch was. Jetzt gucken, wir sind hier, wo sie da wieder weg ist. Da ist die Bahn, alles klar. Bure Treibstoff. Bure Treibstoff. Beschreibbar, oder? Ich muss gerade hören. Ich glaube, wir können uns auch mal mit Sicherheit. Ja, dann außenrum. Da muss ich aber hoch. Okay. Tote erzählen keine Geschichten, habe ich recht? Falsch! Denn wenn Adam im Spiel ist, hat jeder Tote eine Story auf Lager. Und Lam weiß, wie man sie liest. Wenn sie das Zeug in die Finger kriegt, ist es aus mit mir. Ich möchte also, dass du die Story von Dionysus Park für immer beerdigst. Schaff mir die Little Sisters vom Hals. Auf deine Art. Wenn du das tust, entriegele ich die Station für dich. Großes Pfadfinder Ehrenwort. Tja, ich würde sagen, er hat was zu verbergen. Aber so macht das Raten keinen Spaß. Er hat sich in der Wachstation eingeschlossen. Wir müssen also mitspielen. Finde diese Sisters. Was? Halt! Oh, hier was? Ich habe es gerade genau gesehen. Was hier auch so verdammter Houdini-Splicer war. Verdammt! Ich will hier forschen. Ich muss die Forschen drücken. Ja, ja. Burscht reicht aus. Burscht reicht aus. Toll. Wie ist die? Na gut, ist gerade weg. Gehen wir weiter. Merken wir uns mal. Halt! Das macht gerade alles bissl zwisch. Halt! In der Nähe. Da war es den Flick. Der Chamber. Ach, das war mir schön. Das haben wir auch noch nicht, oder? Das ist die Scheiße. Das ist die Scheiße, das ist die Scheiße, das ist die Scheiße. Das ist die Scheiße, das ist die Scheiße. Kontaktmühle. Du hast nur Stücken gefüllt, die verbinden den Ziegeln und verursachen einige Anblicke später. Eckpfeile brauchen, ne? Ich glaube, ich fühle schon mal ein Rattelman. Du täuscht dich in mir, Delta. Ich will kein Adam für mich haben. Eleanor ist der Traum. Und sie braucht keine Waffen und keine billigen Tricks. Ich bin hier. Lock. Komm, stören die zwei her. Stechen. Das ist unser Gehirn. Was ist das, was ich mache? Ich bin nicht in der Falle. 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 So. So. die andere das noch mit gut lade ich sage hier tjö mit ö